freunde vor der begrüßung erst mal das wohlverdiente youtube money einstreichen und alle sehen wie man mit youtube reich wird naja für eine flasche bier reicht so was haben wir schönes wir haben uns natürlich mords mäßig in unkosten gestürzt und haben schön bei unserem freund amazon stellt um die wiedergabequalität zu verbessern und haben kein messer zur hand wenn man jetzt auch sagt in deutsch nicht in der beschreibung aber in einem anderen video bitte leitung abonnieren ganz wichtig damit man auch nicht mehr mit dem fahrrad durch die stadt fahren muss und sich dann vielleicht doch mal leisten kann das auto anzuwerfen so da ist nur papier drin wir haben eine hülle was haben wir natürlich bestellt mensch wasserdicht verpackt was hat denn der kollege der bestellt das team besser gesagt das ist die kamera die uns empfohlen wurde wir haben natürlich weder kosten noch mühen gescheut und haben das günstigste bestellt was für geld überhaupt zu haben ist aha ich sehe schon die ganze sache also ab jetzt werden wir das testen bei der nächsten aufnahme neues mikro ist eingestöpselt freunde so naja jetzt noch was ein puschel dabei beschreibung die keiner braucht hoffe ich zumindest ein adapter haben wir jetzt natürlich vergessen 1212 also ab jetzt hoffen wir mal auf eine super wiedergabequalität das kann man sich dann gekonnt hier am hemd anstöpseln naja was machen wir nicht alles möglich für unsere fans tschüss freunde so 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 Untertitelung des ZDF, 2020